Einige Jahre später Ich bin sicher, aber ich habe gedacht, dass es nicht die Zeit, dass du den Mann zu machen, die Entscheidungen zu machen? Ich versuche. Du bist? Ich denke so. Ich muss einen Ort finden, um zu bleiben. Bleib ruhig. Vielleicht Dutch war es richtig. Vielleicht sollten wir einfach nach Tahiti gehen. Ist das alles mit dir? Tahiti oder Killing? Komm schon, John! Bitte, versuchen! Wir versuchen, was? Wir müssen irgendwo leben, mehr als ein paar Wochen zu leben. Okay. Mal schauen, was wir finden können in... in Strawberry. Was wissen Sie über Strawberry? Ich weiß, dass sie gut, ehrlich sind, schwer zu arbeiten lieben sind. Viel mehr als die Gefängnis. Also machen Sie sich gut und ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Vielleicht nicht immer gut. Aber ich bin immer ehrlich. Meine ganze Leben, ich habe mich verletzt von Fools mit Moral Codes. Hier ist ein Moral Code. Look out for folks. Stop trying to act like some hero in a book. What do you know about heroes in books? My reading's getting pretty good. We'll read different books then. The books is Jack's. And, well... Maybe he's doing most of the reading, but still. You're a bad influence on your mother, boy. Boy? Sorry, sir. What was that? I said you're a bad influence. On your mother. With your books. Which books was that? You know, that dime novel, or... Boy Calloway and the Men from the Moon, or... Whatever it was. I'll do my best. I'll do my best to find better reading material, Pop. That what you like then? Western tales? Boy. What's that, sir? Do you enjoy tales of the Wild West? Not so much. Anymore. I've been reading about knights. You know. Of the round table. The king? What's his name? There's King Arthur. And there's Sir Lancelot. And the Lady Guinevere. And a whole lot of others. Those names. I kinda like em. You know what? So do I. I bet that sign says strawberry, don't it? I got a good feeling about this place. Been a long time. Why don't you pull up just here? I'm gonna go see what kind of good, honest work I can find. Grave digging or polishing some rich fella's boots or some such. Me too. See if me and the boy can find some laundry work or something. Help you, son? I'm hoping I can help you. I saw the help wanted sign outside. Sure, but you're a bit old to be stacking groceries and running errands, ain't you, son? Well, I ain't too proud to do nothing. As long as it's honest. And it pays. Time's hard, Mr. Milton. Jim Milton. Yeah, my wife and I, and our boy, we was robbed a few days ago. Lucky to get out with our lives we was. Now, uh, well, we need money. There's bad folk out there. Tell me about it. Got a wagon by any chance? Sure. Well, then maybe you could run some goods up to Pronghorn Ranch for me. You know, head west past Owen Gila, then follow the road north, lead you right there. I, I don't know where that is, but I'm sure I can find it. I can leave right now, if you'd like. It's the Getty's place. Fine fella. Uh, where's the wagon? It's just outside. Uh, you know, I should go tell my wife, and then I can come back and get loaded. My boys can load you up while you go find your wife. Okay. 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 Sehr schön. Ja, und jetzt, ähm, losgelöst von der Bande und, ja, frei. Einfach frei. Einfach frei. Das ist doch, das ist doch auch mal eine ganz, eine ganz andere Herangehensweise an das Abenteuer, das wir bis jetzt hier in diesem Spiel erlebt haben und, ja, ich denke, das wird jetzt die Übergangszeit zu Red Dead Redemption, zum ersten Teil, den wir auch definitiv irgendwann spielen werden. Danke, Doktor. Hey! How are you getting on? Well, found some work. Me too. Delivering goods out to some ranch. Cleaning a doctor surgery. Fine living. It is, John. Oh, it is. This is the way to it. I'll take your word on that. What do you suggest now? I'll stay here. Get on with the work. You deliver them goods and then collect me. Okay. And John. I love you. Don't you forget that. Not ever. I won't. I love you. Was? Ja, das einfache, gute Leben. Das ist doch auch schon was wert. Anstatt den ganzen Stamasser zu erleben wie... Lauf sie gut, Milton. Gut. Riecht jetzt schnell. Geddes will nicht seine Götterverdämmung. Natürlich. West über Owen Gila, dann folgst du den Weg nach Nord. Okay. Das ist jetzt natürlich sehr cool. Und ich habe ja am Anfang vom Spiel gesagt, wie toll ich Joan finde und alles. Und jetzt, dass wir ihn jetzt tatsächlich spielen. Das ist natürlich sehr krass. Aber ja, die Geschichte um Arthur ist sozusagen beendet. Absolut, absolut großartig gewesen. Und sehr emotional natürlich. Und wie ich sehe, ne, man hat auch... ist mir gleich aufgefallen, dass Joan sich auch so ein Bad stehen lassen hat. Was auch sehr gut aussieht, finde ich. Das hat dich verletzt. Wir gehen über den Weg nach Nord. Er hat sich anscheinend auch von meinem Arthur inspirieren lassen. In Reddit 1 ist er ja mit so einem Drei-Tage-Bart unterwegs, mehr oder weniger. Aber jetzt dann hier für den Epilog des Spiels können wir das so behalten, finde ich. Das sieht gut aus. Ah, das ist aber ein toller Tag. Das sieht einfach so umwerfend aus, dieses Spiel. Es ist abgefahren. Jetzt gehen wir nach Nord. Wir werden mal einen kurzen Blick auf die Karte werfen. Das wollte ich auch mal erwähnt haben. Die ganze Geschichte bis jetzt hat sich ja lediglich hier in New Hanover abgespielt. Mit Valentine und so. Dann sind wir ja weiter runter nach Rhodes. Hatten ja hier unser Lager. Waren hier in Saint Denis und dann hier oben in Annisburg und in Beaver Hollow. Und eigentlich haben wir ja noch diesen ganzen Bereich hier. Den ganzen Bereich. Und hier das ganze West Elizabeth, New Austin. Und hier unten müsste eigentlich noch Mexiko sein. Und ich weiß, dass dieser Teil durchaus im Spiel ist. Das ist nämlich die ganze Karte aus Red Dead Redemption 1. Die hatte Rockstar jetzt ins Spiel gebracht. Und für die Hauptgeschichte, zumindest bis jetzt, noch nicht verwendet. Was ich absolut krass finde. Wie viel Aufwand das sein muss, so eine ganze Karte aus dem vorherigen Spiel zu portieren. Nochmal aufzubereiten. Und nur damit wir ja PC Spieler jetzt auch an der Stelle zum ersten Mal in den Genuss kommen können, auch diese Gebiete zu erforschen. Da müssen wir auch mal gucken. Vielleicht ganz am Ende, wenn wir wirklich durchgespielt haben, ob da überhaupt was Interessantes für uns ist. Oder ob das einfach nur eine leere Karte ist. In Red Dead Online sind wir ja da schon ein bisschen drum herum geritten. Aber ja. Ob es hier auch im Singleplayer was da gibt. Wir werden sehen. Schönes Haus. Du bist Herr Gettys? Nein, Herr. Herr Dickens. Herr Overseer. Jim Milton. Ich versuche ein paar Suppe aus dem Store in Strawberry. Okay. Das ist ziemlich ein Ort. Ja. Es ist schön. Sie senden alles? Ja. Ja. Ich denke so. Also, Partner. Ihr Boss? Sie suchen für Hands? Warum? Sie suchen für Arbeit? Ja. Meine Frau. Wir waren in der Arbeit mit der Familie und haben sie verletzt. Das ist eine lange Geschichte. Ja. Ich weiß nicht. Sie verletzt. Das ist viel Probleme. Ich bin ein guter Arbeiter. Meine Frau, Agatha. Auch unser Junge. Lancelot. Wir alle arbeiten. Großartig. Großartig. Komm schon aus. Komm schon aus. Komm schon aus. Komm schon aus. Das ist nicht sehr nahe. Und es ist nahe. Und uns ist nahe. Hey. Wissen Sie sich einen dieser Appels? Das sind sie? Das ist gut. Oh. Das ist besser. Pünkt. Wenn du ein Mann zu dem Buschern? Ich glaube, keine Anliegen. Ich glaube, es gibt nichts für das. Ihr Kinder wollen ein Bier? Das ist ein guter Scotch-Auske. Setz das runter! Setz das runter! Oh, diese Supplieren waren die Saison. Geh weg von der Farm! Mom, wir wissen, wenn wir nicht wollen. Geh weg von da! Tschüss, Mann! Komm zurück hier! Schau das Hals, wenn du es brauchst. Geh schnell auf ihn. Wir können hier keine Probleme haben. Tja. Dann werden unsere Outlaw-Skills dann doch noch benötigt. Na komm. Haben wir eine Waffe? Nichts. Okay. Das ist mein verdammte Wagen! Du kommst von diesem Wagen aus! Geh mit dir! Woa, woa! Alles, was du tun musst, war zu fragen! Wie uns! Alles, was wir fragen, ist, Mr. Geddes Tags, Mr. Abel's Alfa. Oder, wir könnten nicht so kooperativ sein. Kramp, verschwindet. Kann ja echt froh sein, dass die nicht bewaffnet waren. Sonst wäre das vielleicht ein kurzes Abenteuer mit John geworden hier. Ach, so lockere Wester-Mission finde ich auch immer sehr cool. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Ein neues Leben. Wir haben hier nicht gewähren. Wir arbeiten stärker als jeder von ihnen. Ich bin wirklich ehrlich. Und meine Frau, selbst wenn sie ein anderes Gefühl hat, sie wird arbeiten. Sieht ein bisschen schrecklich. Was hast du in Probleme? Keine Probleme, Herr. Außer von ihrem Bruder. Er hat uns gegründet und sie von ihrer Inheritanz. Wir sind gute Leute. Wir arbeiten. Auch Lancelot. Was Herr Geddes braucht mit einem Mann? Oh, Mann. Ein anderes Kuchen. Nur, bitte, uns eine Chance. Ich kann mich auch mitnehmen, okay? Du kennst das schon. Ja. Ich warte, wer würde dich verabschiedern. Aber wir geben euch eine Chance. Ich werde Herr Geddes wissen, wenn er und seine Frau zurückkommen. Danke, Herr Dickens. Ich gehe mit meiner Frau. Nein, du bleibst hier. Es ist zu late. Wir gehen, in Strawberry. Wir bringen sie hier morgen. Wir brauchen dich, in der Fall, in der Fall, noch mehr als Laramie-Jungs. Es gibt eine kleine Kabel, die hier über dem Bruder passen. Wenn Dinge funktioniert, dann könnt ihr da bleiben. Danke. Ich will das nicht schreiten. Ja. Geh dich selbst an. Ich werde dich morgen für dich haben, wenn Herr Geddes zurückkommen. Epilog Teil 1. Pronghorn Ranch. Ja, schau ihn dir an. Der Farmers-Junge. Ja, das Pferd macht erstmal sein Geschäft. Natürlich. Ja, aber so ist das. Das ländliche Leben hier. Sehr schön. Okay, Pronghorn Ranch. Das wird also unser Gebiet sein. Da oben war die kleine Farm, mit der wir Sadie, also mit der Sadie und Arthur ja die ganzen O'Driscolls weggehauen haben. Ich hoffe, diese Laramie-Boys sind jetzt nicht irgendwie, ja, irgendwelche Reste von denen. Aber ja. Schauen wir einfach mal, wie die Arbeiten hier so für uns aussehen. auf dieser kleinen Farm. Ich bin ehrlich, du bekommst, Ich versuche dir das. Der Mann hat eine Familie. Glückwunscher Mann. Dann besser arbeiten du extra hart. Guten Tag. Guten Tag, Herr Präsident. Sir. Hörst du das, John, Jim? Extra hart. Hey! Hey! Geh hier! Mr. Dickens? Go find old Jim Milton here something to do. Make sure he works extra hard. Sure, Mr. Dickens. Ah, ich glaub, der hat schon einen Verdacht, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Come on this way. I was on my chores anyhow. Say, is that your family getting in the wagon up there? Ah, believe it is. Mind if we go welcome them? Not at all. Hey, is it true what they said about you when you arrived? that you ran off those hired guns? Look, can we, uh, not discuss this in front of my wife? Oh, no, sure. Yeah, of course, mister. I don't want to worry her. Oh, yeah. I hear that. Mrs. Milton! Jim Milton. How fine you seem. This kind man just collected us? Thank you, sir. I think we can be okay here. It's ranching work. This place is kinda... It's fine. But I hear you began your career in ranching by throwing your weight around. Real wise, Jim. What was I supposed to do? The place was getting robbed. So you show everyone who's boss? Real fine. I didn't have much of a choice. I gotta go. Jack, when you're done in here, come on out and lend a hand. I was going to milk the cows. Come on. I'll do it. You? Are gonna milk the cows? Sure. Why not? I... I don't know. I... I thought you was, uh... I'm a ranch hand. A new one, at that. When you got here, them hired guns? I was just getting my wagon back. That's all. Weren't nothing. Oh, it weren't nothing. It was about time someone stood up to them fellers. Oh. Where are you from, anyway, partner? Around, you know. Up north, mostly. Been in these parts before, but that was years ago. Oh, it's changed. The rich fellas are coming in and buying everything. The ranches. But... Well, it ain't as wild as it once were, at least. There is that. Say, if it ain't too personal a question, are you a gunslinger, mister? Good lord, no. Nothing like that. How? Just a ranch hand, then? Just a ranch hand. Failed at a bunch of things. Like most men. Well, I feel a whole heap better having a ranch hand like you around. That is for sure. Let's see how you feel once you see me work. All right, then. Here's the cows. Yeah, we used to have a bunch of women here did most of the milking, but most of them drifted off. Okay. You fine with milking? You know, I ain't really done much of it. Could never, never really get the hang of it. You serious, mister? Sure. It's Jim. Jim Milton. Hey, sit down, I'll show you how. Approach her calm now. She don't take too kindly to surprise us. She don't look good. Almost got a pail full. Hey, Pa. Is that your boy? Sure. Hey, Lancelot. Hey, Lancelot. Hey. We're gonna make a dairy mate of your Pa yet. I never thought I'd see the day. Watch and learn, partner. We all gotta earn our keys. That's enough, Jim. Come on. How about you and the boy, uh, help me clean out the stables? Sure. Come on, son. How old are you now, Lancelot? Twelve, sir. Ain't that grand. It's such a fine name. I'd like it. I got... I got imaginative parents, sir. I can tell. Now, it ain't pleasant work, but it's gotta be done. Mr. Dickens said... I know what he said. We'll do it. Won't we, boy? Mhm. Mhm. Well, you get them stalls cleaned out, and I'll see you later. Bye. Okay. Jack, let's just... try and take some pride in this work. Hard as it may be. Boy, bring that wheelbarrow over here and keep it close to me. Yes, sir. Das ist witzig. Das einfache Farmerleben halt. Nicht so wie in Stardew Valley oder in... You're a long way from Angelo Bronte's mansion now. Sorry, sir. Nothing. Oder wie in Harvest Moon. Hold on a moment. Hm? Oh, da hinten im Heu auch noch. I'm slinging the shit shoveling. Great. You almost got me. Sorry, Jack. Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Und der letzte. Ah, stinkin' Piles. Ah, nein. Doch. Ich denke, sogar deine Mutter würde sagen, wir sind fast hier. Wenn du alles fertig hast, ich gehe auf sie. Okay. So. War schon mal nicht schlecht. Abigail. Alles okay bei dir? Hey. Hey. Wo ist Jack? Schövling shit in pursuit of the better life you want? Same as I've been? Won't do him no harm. Ah, no. Guess maybe we can last here. Survive. Do a little better than survive for once. I'm tired of fleeing, John. So... Well, you know. Me too. Mm-hmm. Aw. Aw. I'll put some coffee on. Ein neuer Tag. Wow. Und wir haben drei Dollar bekommen für den letzten Tag. Ja. Und dann würde ich sagen, so ist es doch erstmal wieder gut sein von dieser Episode. Wir sind jetzt sozusagen im Pharma-Leben von John Marston angekommen. Und werden das jetzt auch natürlich bis zum Ende genießen und schauen, was uns noch alles erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.